Herzlich Willkommen! Flaxos653 fragt Hallo Dirk, gestern Abend kam in mir eine Frage auf, die du, glaube ich, gut beantworten kannst. Liegt dem Widerstand, der dem inneren Frieden im Wege steht, immer Scham zugrunde? Verbieten wir uns also Gefühle und Gedanken, weil wir sie unserer Meinung nach nicht haben dürfen? Nein Okay, mach ich doch noch ein bisschen weiter. Es ist nicht so, dass der innere Frieden nur deshalb nicht auftaucht, weil wir Gefühle und Gedanken in uns tragen, die schambehaftet sind. Und da gibt es noch mehr zu beachten. Natürlich gibt es Gedankengänge und Gefühle, für die wir uns schämen, vielleicht Taten, die wir begangen haben oder auch nur hypothetische Geschichten im Kopf, für die wir uns schämen. Und dann versuchen wir vielleicht, weil wir ja schon ein spiritueller Mensch sind und schon vielleicht weiter sein müssten, diese Gedanken und Gefühle zu verdrängen. Das kostet eine enorme Kraft, das weghaben zu wollen. Außerdem ist auch die Frage, wer kann das überhaupt machen? Also ein Ich, das ja selbst nur ein Gedanke ist, kann keine anderen Gedanken und Gefühle verdrängen oder auch sie nicht wegbekommen. Man kann natürlich einen weiteren Gedankengang da drauf kleben, der lautet, ich will das nicht haben, so will ich nicht denken. Doch dieser Gedankengang, das will ich nicht mehr denken, ist ja auch nur ein Gedanke. Also wird das Ganze vom Sein gemacht und das gehört auch zum Spiel dazu. Da gibt es also die eine Seite, wo wir etwas wegdrängen wollen oder das Sein, das wegdrängen will, innerhalb dieses Spiels, was sehr anstrengend ist. Dann gibt es auch noch die andere Seite der Medaille. Dann tauchen in uns irgendwelche Urteile auf, über andere Menschen vielleicht oder auch über uns selbst, sehr strenge Sachen. Das ist nicht gut, wie ich das mache, die ist nicht gut, weil sie das und das mal gesagt hat oder getan hat und so weiter und so fort. Und diese Urteile sind genauso anstrengend, wenn wir sie sehen und daran glauben, also innerlich sehen, wenn wir die Gedanken wahrnehmen und dann an die Gedanken glauben, als wenn wir die Gedanken weghaben wollen. Das ist eine andere Art von Anstrengung, bloß im Grunde auf der anderen Seite. Anstrengung der Medaille, auf der anderen Polarität. Dennoch ist es genauso sinnlos, an etwas zu glauben, was nicht stimmt, als Gedanken, die nicht stimmen, weghaben zu wollen. Was bleibt uns also übrig? Die goldene Mitte lautet, erkenne erst einmal, dass überhaupt irgendwas gedacht wird und du wirst feststellen, dass sehr viel von unserem normalen Gedankengut negativ geprägt ist oder sich wiederholend und nur ein ganz winziger Anteil positiv oder konstruktiv. Das ist so hier angelegt, das ist in diesem Spiel angelegt, das ist ganz normal. Warum das ganz genauso funktioniert, kann niemand sagen. Das ist wahrscheinlich ein elementarer Bestandteil, das Spielzieher, dass wir uns mit einer Figur verwechseln und dass erstmal Gedankengänge und Gefühle auftauchen, die gar nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Vielleicht ist das so. Jedenfalls ist es sehr hilfreich, deine Gedanken und Gefühle erkennen zu können, also Innenschau zu betreiben und zu sehen, was da so abläuft und dann festzustellen, dass die einfach so vom Sein gemacht, dass du selbst bist in Wahrheit, auftauchen im Gewahrsein. Doch wenn wir noch an diese Gedanken und Gefühle oder Emotionen felsenfest glauben, sind wir in der Falle dieser kleineren Ich-Figur. Und das ist auch nur das Spiel. So ist es also nicht, dass wir sagen können, das sind immer Schamgefühle, die dahinter stehen. Dass nur die Scham uns daran hindert, den inneren Frieden zu fühlen. Es ist das Denken an sich, was uns daran hindert, den inneren Frieden zu fühlen. Gerade habe ich ja über die negativ geprägten Gedanken gesprochen, die man weghaben will oder an die man glaubt. Aber auch genauso gut die sogenannten positiven Gedanken, die in der Menge, im üblichen Normalzustand weniger auftauchen, sind ja auch nur Gedanken. Und wenn sich dann das Gewahrsein, dass du bist, die Achtsamkeit, das eine, auf diese Gedanken klebt, bist du immer noch von dem Fühlen deiner wahren Seinsnatur getrennt. In Wahrheit bist du natürlich nicht getrennt. Du bist die Seinsnatur. Deswegen beharre ich auf ganz exakte Wortwahl. Du bist vom Fühlen deiner Seinsnatur getrennt. Das ist ein Unterschied. Denn Trennung existiert in Wahrheit überhaupt nicht. Da ist gar nichts getrennt. Also haben wir im üblichen Normalfall Tausende von Gedanken pro Tag, die durch unser Gewahrsein ziehen, wie so ein kleiner wabernder Deckel, der vielleicht die Farbe mal ändert, die Struktur, aber doch in seiner Heftigkeit meist bestehen bleibt, sodass das Licht, das du bist, sich nicht selbst wiederentdecken kann. Das Denken an sich hindert uns daran, inneren Frieden zu fühlen. Und es gibt natürlich Gedankengänge und Gefühle, die nicht sagen, schau mich an, sondern die sagen, schaue tiefer, schaue durch mich hindurch, schaue in mich hinein. Damit ist das Wesen gemeint, was du bist. Also es gibt einige wenige Gedanken und Konzepte, die sich selbst transzendieren und dann auf das wahre Wesen in dir hinweisen wollen. Zum Beispiel der Satz, schau nicht mich an, sondern schau in dich hinein. Oder schau durch mich, das ist dann der Gedanke, der da läuft, hindurch. Und dann tue das bitte, liebes Sein, und du wirst sehen, dass das funktioniert. Du kannst deine wahre Natur, die du bist, entdecken, wenn das Denken weniger wird. Dann wird es brüchig im Grunde und dann scheint das Licht auf. Es scheint immer schon auf. Wie gesagt, es ist nur einfach, stell dir vor, so wie eine helle Lampe, über die eine schwarze Decke gelegt wurde oder eine fast schwarze Decke, die nur noch fast durchsichtig ist. Dann weißt du, wovon ich spreche. Das Licht leuchtet schon jetzt die ganze Zeit. Also ist es wohl angebracht, den Horizont in diesem Thema zu erweitern und vielleicht dann auch sogar das Denken dazu zu benutzen, es zu transformieren und anders zu denken. Es ist nicht nur Scham und Schuld, das ist ein viel zu enges Konzept. Es ist das ganze gesamte Denken, was wie ein Schleier wirkt. Glaub nicht alles, was du denkst oder glaube fast überhaupt nichts, was du denkst. Und wenn du mal ausprobierst, ohne zu denken, eine normalweltliche Tätigkeit auszuführen, wirst du sehen, dass das geht. Da gibt es ein kleines Alltagsbeispiel. Zum Beispiel stehst du im Badezimmer vielleicht und putzt dir die Zähne und dann kann es sein, dass dein Körper oder die Hand dem Körper die Zähne putzt und was ganz anderes dabei gedacht wird. Doch du könntest feststellen, wenn du das übst, dass du auch in absoluter gedanklicher Stille die Zähne putzen kannst, ohne dass wir darauf jetzt zurückgreifen und sagen, ja, das ist so lange trainiert, das ist das Körpergedächtnis. Okay, das gibt es beim Autofahren ja beispielsweise auch und in hunderten anderen Situationen auch, wo wir uns auf unser Körpergedächtnis, auf einen gewissen Automatismus verlassen können. Aber dann benennen wir das auch gleich so, dann sagen, das ist eine automatische Körperhandlung, das ist schon so trainiert, das passiert schon reflexhaft. Aber alles andere, da muss ich ganz stark drüber nachdenken, bevor ich das tun kann. Und das genau ist die Illusion. Du kannst alles im täglichen Leben machen, ohne groß darüber nachdenken zu müssen oder ohne dabei denken zu müssen. Hier ist es beispielsweise so, dass hier relativ viel geredet wird, doch hier oben im Oberstübchen ist es mehr oder weniger still. Manchmal tauchen noch so Gedankenfetzen auf, die manchmal thematisch mit dem zusammenhängen, was hier gesagt wird, oder so etwas wie eine Idee. Aber die Sätze, die hier so rauskommen, die kommen einfach ungefiltert hier raus. Und wenn man es mal modellhaft sagen wollte, kommen die nicht aus dem Oberstübchen und dann durch den Mund, sondern die kommen aufgestiegen aus dem Sein durch den Mund. Da gibt es also den oberen Sensor, der da reingreifen will, der da eingreifen will und dazwischen funken will, nicht mehr. Und das geht bei dir genauso leicht. Lass dir nichts anderes von dem Plauderapparat einreden, von dem du vielleicht immer noch glaubst, dass du das nur bist, das kleine denkende Ding dort. Du bist das eine riesige Unbenennbare, was sich des Körpers und des gedanklichen Geistes bedient, um sich hier als Mensch ausdrücken zu können. Doch du oder nicht doch und du, Liebessein, hast die absolute Macht und alles andere ist ein selbst von dir erfundenes Spiel, der Ich-Apparate, Denk-Apparate, das sogenannte Ego, hast du alles selbst gemacht. Der Ozean, der du bist, ist ja unfassbar viel stärker und mächtiger und kraftvoller als die kleine Welle, die der Ozean selbst erschaffen hat. Klingt logisch, oder? Ist es auch. Gut, das war's zu dem Thema. Scham und Schuld ist nicht der Haupttrigger für die Blockade des inneren Friedens oder ist nicht die Hauptmauer vor dem inneren Frieden, sondern das gesamte Denken an sich. Ich wünsche dir alles Liebe. 업 notorisches metre